Kriminalschriftstellerin Pauline Bartow. Aber Sie dürfen Pipsi zu mir sagen. Pipsi? Schreiben Sie Kinderliteratur? Sie sind ja richtig witzig. Ja, irgendein Grund muss er geben, dass man einen Preis kriegt, oder? Ich hätte den Preis abgelehnt. Danke. Erne ausgestreckt und dieser junge, strahlende Stern am Wiener Theaterhimmel hat sie ergriffen. Je und unerwartet. Aber wir werden sie vielleicht mit Ihrer werten Mithilfe etwas genauer beleuchten können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.